Und ich hätte eine Kleinigkeit und zwar, das hatte ich glaube ich schon mal so einen Nebensatz erwähnt und zwar, es gibt ja hier diese Google Authenticator und sowas, wenn du solche Zwei-Faktor-Passwörter degenerieren möchtest. Der Google Authenticator hat aber das Problem, dass der zumindest keinen offensichtlichen Weg hat, diese Schlüssel zu exportieren, wenn du das Gerät wechseln möchtest. Das heißt, beim Google Authenticator ist das Prozedere, wenn du dein Gerät wechselst, musst du auch vorher dran denken, dass du bei allen Webseiten, für die du solche One-Time-Password hast, nochmal dein neues Gerät vorher anmeldest, bevor du das alte platt machst. Wenn du das alte platt machst und dann dran denkst, dann musst du nach deinen Wiederherstellungsschlüsseln suchen und sowas. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen kann man sich mal anschauen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber es hilft mit diesem Problem. Es gibt halt hier Authy, was auch so eine One-Time-Password-App ist, die mit den entsprechenden Diensten zusammenarbeitet, genau wie der Google Authenticator. Das heißt, wenn du dich bei so einem Service anmeldest, gibt dir der Service den QR-Code, du scannst den QR-Code ab und dann ab diesem Zeitpunkt gibt, hier diese Authy-App, diesen sechsstelligen Ziffern-Code. Und die haben auch einen Backup-Mechanismus eingebaut. Die aktivieren dich über ein SMS und identifizieren dein Gerät über ein SMS, die sie dir schicken. Und dann kannst du ein Backup machen, also never get locked out, sagen sie. Du kannst jetzt einerseits argumentieren, es ist ziemlich doof, weil das das Prinzip von diesem One-Time-Password und der Zwei-Faktor-Authentifizierung schwächt. Andererseits könntest du auch sagen, es ist genauso wie bei der iCloud-Keychain, wo du eben von einem alten Gerät das neue Gerät autorisieren kannst. Und du musst das nicht benutzen, du kannst das auch ohne diesen Mechanismus benutzen, aber wenn du so ab und an mal irgendwie Geräte hast, die du wegen einer Beta platt machst oder irgendwie umziehst oder das Gerät geht kaputt und du musst es austauschen, dann kann das hilfreich sein, wenn du da noch ein Backup hast, weil ich habe mich mal mit so einem Ding mit Google Authenticator aus Versehen bei einer Seite ausgesperrt und es war dann relativ ekelhaft, da wieder dran zu kommen. Deswegen vielleicht mal Authy anschauen statt dem Google Authenticator, wenn du so ein sechsstelliges einmal Passwort für irgendeine Website brauchst. Und OnePassword kann das auch. OnePassword hat auch die Option, einmal Passwörter zu hinterlegen. Seit wann denn das? Oh, schon seit ein paar Versionen. Na gut. Und wenn OnePassword vielleicht eh verwendet, kannst du auch dort deine einmal kurz verwenden. Das habe ich ja noch nie gesehen, aber das ist ein guter Tipp. Kann man sich auch mal anschauen. Man kann ja bei vielen Seiten auch mehrere Apps eintragen. Also du kannst ja sagen, ich habe den Google Authenticator und Authy und OnePassword vielleicht. Und das ist ein guter Tipp. Gut. Genehmigt.